hallo zusammen willkommen zum independence rhythmic warmup metronom an tempo 80 bpm andante gehend ein entspannter walk das machen wir mit den füßen rechts links rechts links auf den beat und jetzt erstmal ein group immer schönes gewicht verlagern wenn ihr es im sitzen macht ist das nicht nötig da bleibt das gewicht immer auf den poh backen okay wir sind im vierviertel das ist unser abschnitt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 jetzt klatschen wir erstmal mit dem beat 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 Okay, wir hören auf zu klatschen, aber die Füße gehen weiter. Jetzt fahren wir den Offbeat, das heißt zwischen den Beats. Eins, zwei, drei, vier. 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 Eins, drei, drei, vier. Mal ohne Tränen. Okay. Wir hören auf zu klatschen. Füße gehen weiter. So, und jetzt spielen wir aus dem Unabhängigkeitsbuch quasi mal den ersten Kasten. Das ist der Einser-Shift. Shift heißt immer, man schiebt quasi das, was in der ersten Linie geschrieben ist als Akzent. Schiebt sich dann ja bei jeder Linie um eine Position nach rechts weiter. Shifting. Beim Eintrauch-Shift ist das sehr klar zu verstehen. Bei den anderen Shifts ist es immer wieder schön, wenn man sich das ab und zu klar macht. Ah, warte mal, das ist der Rhythmus, der in der ersten Linie steht, aber eben verschoben, eben innerhalb des Taktes. Alles im Viertel-Takt. Okay. So, machen wir den ganzen ersten Kasten durch und immer vier Takte pro Linie. Die ersten drei Takte klatschen wir den Akzent und im vierten Takt orientieren wir uns quasi zur nächsten Linie weiter. Das heißt, der vierte Takt ist immer frei. Okay. Also, wir sind immer noch mit rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links. Und jetzt geht's los. Ich zähle uns ein und 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, wunderbar. Man kann, sollte, darf das Tempo verändern. Natürlich langsamer, schneller, wie ihr wollt. Das ist das eine. Die andere Sache wäre, man kann jetzt natürlich in die anderen Shifts reingehen. Ja, da wird es dann einfach ein bisschen mehr. Dadurch aber auch manchmal fürs Gehör griffiger. Probiert es aus. So, wir machen aber jetzt gleich bei unserem Warm-Up weiter. Jetzt wird es nämlich nicht mehr, sondern weniger. Tempo bleibt immer noch 80 BPM. Wir machen jetzt den Half-Walk. Das heißt, wir müssen einfach ein bisschen mehr Gewicht in jeden Schritt reinlegen. Wir gehen jetzt nicht mehr den Beat, also Viertel, sondern wir gehen Half-Time, also halbe Noten. Und sind somit quasi im halben Tempo vom Gefühl des Stampens. Zählen tun wir genauso wie vorher. Aber das machen wir jetzt als allererstes Mal. Achte, ich zähle uns ein und dann stampfen wir doch noch mit rechts auf die 1 und mit links auf die 3. Achte, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In diesem Fall, in diesem Fall, weniger ist mehr, mehr Aufwand, mehr Gewicht, mehr, vielleicht auch Bewusstsein für den einzelnen Schlag. Und jetzt klatschen wir einfach nur den Beat mit. 1, 2, 3 und den Beat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh yeah. Okay. Fühlt sich gut an, oder? Ah. Okay. Und jetzt den Off-Beat. Zwischen dem Beat. Achtung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir den 1er Shift, einmal durch, so wie vorher, drei Takte, im vierten Takt ist Übergang zur nächsten Zeile, also quasi der Kopf kann schon weiter gehen. Jetzt 1er take, 10er, 1er, 2er Typivor x7 Okay, das stimmt nicht, normal, normal 1er, 3er, 4er, 5er, 3er, 4, 3,4,1,3,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,4,1,3,4,1,3,4,1,4 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alright, vielen Dank, das war schön, ich hoffe ihr seid warm, ich bin auf jeden Fall jetzt frisch für den Tag, bis bald, ciao.